Ja, es regnet. Die lange Dürre scheint erst einmal vorbei zu sein. Und was gibt es Besseres als bei Regen einmal das Auto zu waschen? Eine Überraschung hier bei der Jett gibt es gleich zu Anfang. Das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Möchten Sie während der Wäsche im Auto sitzen bleiben, Klammer auf, oder bei diesem Regenwetter draußen stehen und das beobachten? Da tippen wir doch gleich mal ja. Tja, man sitzt gemütlich im Auto und kann dabei zugucken, wie die Walzen über einen hinwegdonnern. Immer noch besser, als im Regen zu stehen. Hoffentlich hält die Windschutzscheibe. Sollte 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 Großes Kino, gerne auch mit Kindern. Nun, den Stern, den hat es wohl ein bisschen verbogen, aber dafür ist er da, den kann man wieder aufrichten. Und kommt jetzt noch das Düsentriebwerk? Oh ja. Nun, es ist zwar nur ein 25 Jahre alter 190er, aber wenigstens glänzt er wieder wie ein Kinderpropo, auch nicht schlecht. Ja, es regnet, die lange Dürre scheint erst einmal vorbei zu sein und was gibt es Besseres als bei Regen einmal das Auto zu waschen? Eine Überraschung hier bei der Jett gibt es gleich zu Anfang, das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Möchten Sie während der Wäsche im Auto sitzen bleiben, Klammer auf, oder bei diesem Regenwetter draußen stehen und das beobachten? Da tippen wir doch gleich mal ja.